Heute mit drei VEG Mitgliedern Und mir Dieses Penis ist doch schon so zum Standard geworden bei mir, oder? Auf deinem Kanal Und jetzt machen wir auf den fetten Virtual Elite Gaming Hype Yay Hype Und der Leader steht natürlich in der Mitte So wie sie's gehört Mit Gold und alle anderen aber gar nichts So muss das Naja Okay, ähm Ja, ich würde mal sagen Wie ihr sehen könnt, wer ihr seht, wer wer spielt Die Namen dürften bekannt sein Bis auf den Timo Der ist jetzt neu mit dabei Der ab und zu vielleicht mal dabei sein soll Mal schauen Rauchen! Was? Nein, rauchen ist böse Ja, stimmt Hörscreen muss noch rauchen, dann bin ich gespielt Ja, ohne rauchen kann ich nicht gut spielen Servus! So, und willkommen in der Opa Potato Auch genannt so Lätsi So Also ich hab' gesehen, ein Ramos als Gegner Na, guck mal, der Endset Yeah Der Harubi-Dance Ich darf gegen Darius spielen Yeah Yeah Du bist der ultimistisch, der ultimative Darius-Counter Timo, gegen wen spielen wir? Gegen Ajana und Korki Aber ich werd' wahrscheinlich trotzdem voll verkacken, weil ich absolut fast wie Timo's gut Timo, ich brauch' trotzdem ein bisschen Hilfe von dir Oh Ich mein' die so Cangler Du spielst Udi, du brauchst keine Hilfe Oh doch Du bist Udi, dann mach' was falsch So, so Am Anfang brauch' ich ein bisschen Hilfe So, so, so Was ist mein, was fängst du an? Oh Okay Wenn du mit Phönix an oder mit dem B? Phönix Oh, er macht die Phönix Wieso? Because of Kakao Kakao Ja, aber warum fängt der nicht einfach mit dem B an? Dann braucht er keine Hilfe Weil der Phönix mehr Schaden macht als die B Ja, die B macht gar keinen Schaden Ja, aber du brauchst den Phönix und die B, äh, und den Phönix ist einfach faster Clear Und schneller Clear darauf kommt's an mittlerweile Also zur Zeit Ja Das stimmt eigentlich auch Und so schneller der Clear ist, umso mehr Gold, umso mehr Gold, umso bessere Gangs Und besseres Counter-Jungle Vor allem bei Phönix, weil die Gegner darauf nicht klarkommen Aber gegen Rammus würde ich das nicht machen Bei Rammus muss ich halt gucken, wo er sich gerade befindet Deshalb steht da der Wort, der bald weg ist Ich bin unsichtbar Ich bin unsichtbar Ah ne, ich sagte, ich war unsichtbar Da So Ich hab schon, ich hab schon das Titelbild für die, für die nächste Oh mein Gott, Alter, ich spiel gegen O'Darren Ja Ich hab grad das Titelbild für uns für uns Jetzt hoffe ich nur, dass er Poisoning nicht umbringt Echt? Ja, wir, wir zwei da, äh, wuscht haben Uh Timo Topline ist einfach nur nervig Ja Das ist sogar als Sinch nervig Das ist auch gar nicht Das ist mein Ding Oh Oh Das könnte durch die Masteries gelungen sein, dieser kleine Schild mit 50 Ich glaube, das könnte sein Wieso? Der bringt doch gar nichts Das ist einer von den Schilden, da frage ich mich, was der soll Achtung Skaliert der Schild irgendwie mit dem Level hoch oder bleibt der immer auf 50? Dann ist er doch eigentlich absolut wunzlos Das ist einfach so das Schild, das mit einem Hit in Zerweck ist Aber da gibt es so viel stärkeren Kram in dem Tree Vielleicht hat er 0,30 nö So ein Ding habe ich mir versincht gemacht, das war witzig Der Ezreal ist real Pressure is real Is real as it gets Das habe ich gerade auch gedacht Ich muss sagen, ich habe einen Stealshot sehr sehr gut Ich will irgendwie da drauf gehen Aber irgendwie auch nett, weil er so am Turm steht Get rekt 1,5 W-4 werden noch 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 1,5 1,5 1,5 ich habe jetzt mit meiner Spezialität an ihr braucht mir nicht helfen vielleicht mal das ein oder andere hier von der Sonne kann nett sein die man kann die Leben dem Bram es nicht langweilig ob kein Mann trotzdem danke wenn du Rambas du es erst aufnehmen ja passt dann kann ich mir sogar das Smite sparen ne es meinte trotzdem jetzt ist er nicht mehr warum? die tun mir seinen Krom ich hab meinen Schienen schon fertig ich hab im letzten Game mit Malzaha nach neun Minuten nur ein Prozent wird auf die Hälfte ich habe noch nicht mal nach vier und halben ich habe noch nicht mehr nach vier und minuten mein Lichband fertig das war auch das ist das ist das ist noch so das war aber gegen Walger Räser er gut ich war ein Fiss und sein Fiss ok wenn es wird die Minute 5 in der dennis kommt mit Lichband einfach mal auf die Lane und das war's da muss so zwei Pender Kills ziehen so viel zu hören ich habe einen guten Farm gehabt gehabt mit Teamfight ich habe einen gesisst abgestaubt ich habe einen gesisst abgestaubt dafür musst du First Blood zwei Penders damit du das Geld hast für das Item und da hat jemand rausgehauen um das heißt die Schmerz ist er wieder da? hm sein Team und er ist trotzdem im Berg Naja weil dann nicht die Gämmen die Gämmen die Gämmen die Gämmen dann renne ich auf die Top und Deathcats ja Vorsicht ich denke an es ist ein Darius ich weiß ich weiß ich werde ganz einfach mit 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 wenn es klappt und sonst unter dem Tower mit dem Phoenix abbauen das ist so gut das ist so gut ein Schaden das ist so schön ah oh mein ich bin so schlecht im Last Hitten ach du auch? ja ich gerade ich gerade aber so den Blue nehme ich mir nochmal alright boah nicht zu dringend sobald er nur mal vorkommt habe ich jeden Kill da ist zufällig jemand wie man es umsteigen kann dass die IP sich um 1 Uhr irgendwas resettet was? nein! missklick! ich habe mich selber geultet statt ein Gegner nein! das ist dein Problem also wie ich ja ah kacke alter ich habe daneben geklickt nein report please okay man hat seinen Sprungs das gefällt mir mal sagen den Gates von den Mann mhm nee ich habe schon wieder kennengelernt ich habe einen Mann ab so nein 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 ah shit Rammus war es gewesen Rammus hat Level 6 erreicht Rammus hat Level 6 erreicht jetzt erst ja nächster Dragon zweieinhalb Minuten irgendwo ein Gegner low Rammus macht hier gerade die Krabbe ja ich kriege nichts ich habe zu viel Hartz ja ok er hat sie gerade bekommen die anderen Pinkbot von Drake den müssen wir clearen übernehme ich ich komme aber erstmal bot ja warte Hauptsache mal ich werde keinen Form nehmen ja es ist schon ein Form so wenn ich nicht da bin das hilft mich nicht ich gehe kurz zum Pinky clearn kramus sein Blue ist weg Pass auf die kommt zu dir ne Vell Kotz denkt aber ich komm mit er glaube ich zumindest ich bin die ganze Zeit so so kommt doch mal ein bisschen weiter vor jetzt aber zog mal nerf und ich habe einen ulti erinnert das schau mal auf Es ist Ich komm, ich komm, ich komm Dreck Lauf Timo Scheiße Hahaha Nicht in die Richtung, bitte 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 Komm, komm mit, komm Darius, komm mit Oh, verdammt Lothar What? Der hat wirklich überlebt Nein Let's go Da sind noch Shrooms Sorry Ich will es gerade herausfordern, dass der Rammus Nein, das hätte ich nicht gedacht, dass er sich flasht Der Rammus hatte wirklich noch Flash Not cool Der Rammus hat... Oh, dammit Aber wer spielt denn Rammus mit Flash? Nee, ne Nee, ich spiele Rammus mit Ghost Das ist... Mit Shana hat den Drake geworden Obwohl, der skaliert nicht mehr mit Movement Speed, ne? Wenn ich irgendwann mal... Ja, da hat er doch mal eins geht, der mit Movement Speed skaliert Nee, das ist Hacker von Echt? Ja Irgendwas war doch am Q, dass du mit Movement Speed machen kannst Weil du kriegst einfach nur mehr Ja, es gibt einfach abartig viel mehr Was alles? Ja, und mit Ghost bist du einfach so schnell, dass dich keiner kriegt oder dass du jeden einholst Außer vielleicht TK Grimm Mit 5xC4 Was spiele ich grad wieder für den Mist, sorry Okay, Pinkboard auf top, man Jetzt macht er meine schönen Pilze kaputt Ah, by the way, da... 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 da drinste ich ein Pinkboard Noch ein Pinkboard Ich hatte letzten Game, da hat der Supporter ständig Pinkboards gekauft Die wir einfach... direkt danach wieder entfernt haben Wait, money... Versuch's, ich versuch's Ich komm, ich komm, komm Scheiße Darmus kommt Ich seh's Scheiße Oh, weil Kost war da... Die haben gewartet im Raver Nope Das steht auch noch im Pinkboard Was habt ihr nur immer mit ihren Pinkboards? Das ist echt praktisch Das Problem ist, Pinkboards zu lassen... Sagen wir mal, wenn man so scheiße stellt, dann sind die viel zu leicht zu sehen und zu entfernen So wie Darius, ich mein... Koki ist auch nachher Die wollen... die wollen einen Rang machen Oh Gott Oh Gott Hol den 10 Sorry, so haben wir einen Snail Drive Da haben wir nur Vision drauf Seriously, bekomm ich getroffen Ich komm von der Seite rein Der Ward läuft hier gleich aus, der Ward läuft hier drin gleich aus Ich hab keinen... Ich hab keinen, ich hab keinen Wir müssen jetzt gleich rein, ne? Wir müssen jetzt gleich rein, ne? Nice Nice Good Trade, good Trade Corki ist weg Was für ein Trade, wir haben nix verloren Das ist eigentlich ein Trade Ein guter Trade Ja, das ist kein Trade in dem Fall Ich pushe deine Mitte mal ein bisschen Jo, passt Mach... Mach... Einfach drück auf allen Nails, wo du kannst Am besten... Äh... Komms Läuft auch so und so, ne? Ja Du musst doch jetzt grad übel viel Geld haben, oder? Ja Wo dir? Hm... 1200 Nur? Ja Ach fuck Musst du ein bisschen warten, wegen dem Drake Ach 7 Ähm... Zerner war in der Mitte Ja, da schon, da schon Ich bin so langsam Ich glaub Corki ist weggegangen Ne, der ist da Ne, der ist da So, ja Deswegen baue ich grad auch ein bisschen anders Wollen wir ihn deifen, wollen wir ihn deifen? Wollen wir ihn deifen? Wollen wir ihn deifen? Ja, ich... Bin unterwegs Me too Mach... Mach Druck, mach Druck, mach Druck Mach Druck Darius fehlt Ach du Scheiße Warum ist es da? Sorry Nein, nein Ach hier habt ihr ja kein Turm mehr Scheiße Ach hier habt ihr ja kein Turm mehr Ach hier habt ihr ja kein Turm mehr Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Der Problem ist, dass der... Dass der Rabo wirklich überall einfach wirklich immer da ist Ich komm's kaum hinterher Ich komm's kaum hinterher Oh holy fuck Wer macht den zu viel Schaden Ach Korki steht 5-2 Ja Ja Klar, der hat ein schönes Haus Oh Ich hab's denn jetzt schon Achtung, die sind Ähm, da war was Da, 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 da Careful Ja Desonale auf Mitte Ja Ja Mhm Top lane wieder, Pink Ward Versuch's nicht zu defen Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg Renn weg Gib mir eine Vision aus den Korki Äh, Darius hat jetzt zwei Pink Wards Einen am Top River und einer am Tribe Rush Dann ist der aus dem... Der wurde zuerst wieder weg Du kannst nur einen Pink Ward gleichzeitig hören Ah, stimmt Dann hat er einen am River Ähm, im Tribe Rush Top Wo ist Korki? Er ist weg Wir brauchen mal Ward's Standardstellen Ach, verdammt Ähm Oh, dann nimm den... So langsam Nein 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 Verdammt Was, was, was Den Odaranment hole ich mir Top Tower ist gefallen Uh, kacke Mhm Teleportier dich auf Tower, so hast du wenige Ja, ich hab's gerade... Ich hab's gemacht und hab mir gedacht, das ist eigentlich total dämlich Äh, es fehlt Banono auf Ramos irgendwo Äh, Darius fehlt Oder auch nicht Oder auch nicht Go Banono Schade Er war weg Warum hat er hier keine Wischen gegeben? Was bei euch auch so, habt ihr da auch nix gesehen? Ja Scheiße Ah Darius hat Darius hat Darius hat Ich hätte Gostung kaufen sollen Aha Wir sind raus hier, to save the day Never mind Gute, geh rein, geh rein, geh rein, voll. Er hat gehultet, um mich wegzuhauen. Aua. Ich hab ihn getroffen. Ich hab noch 40 erfolgt. Ähm, Odan moved. Okay. Hm, okay, doch nicht. Nevermind. Oh Gott, das ist ja viel herlaut. Nicht. Sag mal, liegt das irgendwie beim Lüfter, oder was ist das? Ich weiß es nicht, bei mir kann es nicht sein. Doch, es ist bei dir. Ist das irgendwas in der Nähe vom Lüfter, oder so? Kann das vielleicht sein? Nee. Die rotieren zum Drake. Mhm. Äh, Darius ist tot. Gut. Was? Diesmal hab ich mich selber gehultet mit Alt. Ich hab Alt gedrückt und R. Ja, Alt ist immer Selfcast. Ja, aber es hat dann nicht auf mich die Ulti gemacht. Dann hattest du jemanden im Target. Ah, nein. Mit Alt und R. Smartcast auf mich selbst. Hm. Hm. Oh, da ist ja noch ein Tau. Hä? 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 Ja. Ja, aber ich plane. Dann macht meine Schrubs weg. Was soll das? Das ist aber meiner. Das ist super. Ich könnte so langsam auch mal was Blaues gebrauchen. Ramos kommt. Kommt her. Mach doch immer zuerst sein Ult. Und weg, weg, Zona, weg, 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 weg. Scheiße. Ich bin dann doch. Ich komm top. Oh darn. Scheiße. Oh, was? Gift und Ignite hab ich grad ein bisschen unterschätzt. Ja, aber was geht so aus? Alter, der Corki ist... Ah, die machen Drake. Die machen Drake. Hey! Wieso... Hä? Danke fürs denken. Was? Weißt du nicht sterben, ey. Wenn mir jetzt einer erklärt, wieso es mich angegriffen hat. Weil du näher dran standest. Weil du näher dran standest als ich. Echt? Gronkh ist Ranged, ja. Die haben Drake. Ich mach überhaupt keinen Schaden auf das, wie ich da war. Hauptsache mich angreifen. Ich glaub das ist einfach Timo Global Taunt. Ah ja, sogar... Sogar... Sogar der Frosch... Sogar der Frosch greift lieber Timo an. Timo Passive, Global Taunt. Camouflage, wer braucht das, Global Taunt? Ja. Hidden Passive? Ich muss grad zeigen, das ist Hidden Passive. Ah, das kommt bei mir grad, wenn es scheiß liegt. Oh, stimmt. Pink Wall. Yay, Geld! Ne, läuft gerade gar nichts. Ich weiß hier auch nicht. Das war... Scheiß, die Dinge machen so viel Schaden. Du... Afgat. Ne, sorry. Ich brauch meinen Jungle. Ich hab das Deck-Item. Na? Oh, 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 der wird da sein, Jana. Da, oh, oh, nein. Ich bin in der Weg. Schloss, brauch mein Support, nicht allein. Aufzuschicken. Die Bauer. Ne. Oh, war kaputt. Oh, okay. Da ist Kalki. Ja, der muss raus. Ich hab ein Welkhaus gefunden. Oh, was? Ah, fuck. Wo hat sie drin? Wo hat sie drin? Sorry. Wo drin? Oh, what the fuck. Guck mal, diese Jana-Ultis. Der steht. Der wird sich recht. Der hat sich da gar nicht recht. Ich. Was? Warum? Ich wollte eigentlich Gap close. Mhm. Ja, das war doch klar, dass er sich da drüber vielleicht, wenn er sich so hinstellt. Ah, das ist Poison-Proc-Qual auch, oder nicht? Ah, ja. Ja. Aber das brauchst du erstmal. Ja, dafür brauch ich selbst. Aber das ist eh am geilsten für deine Shrooms. Ziemlich, ja. Achtung. Wegen, äh, Slow. Er ist recht Slow, der Slow. Ja, jetzt ist ja mit dem, bei dem Shrooms ist das einfach der doppelte Effekt. Kann ich das schon kaufen? Ja, ich kann das kaufen. Wurde langsam Zeit. Wahrscheinlich kaufe ich mir jetzt einfach noch Realize und Hurricane. Was soll denn der Scheiß? Kann sich jemand vor mich stellen, bitte? Oh, Mann. Kann sich jemand vor mich stellen? Weit vor mich, weiter weg von mir. Uiihuu! Uiihuu! Oh, mein Gott. Der Torn, Alter. Der Torn ist abartig. Der Torn ist abartig. Powerball ist abartig. Ich klebe da einfach fucking schnell. Naja, ich hab bald. Wenn wir alle leben, können wir ja nicht rein. Der weiß, wo du bist. Beziehungsweise liebt, wo du bist. Ja. Weiter. Reicht es? Reicht es? Reicht es? Reicht es? Nein, nein, nein. Auch ohne Pots. Das hat sich nicht gereicht. Aber, 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 aber. Gib mir ein bisschen, gib mir ein bisschen. Wo ist der? Sie ist da mit Länen entlang. Keine Ahnung, wo der ist. Wenn der ohne... Oh, war nicht gereicht. Aber, aber, aber gut gezählt war's. Ja. Das geht ja auf meinen Tower. Geht er weg. Der Korki hat seine eigene unfertig. Aber, aber... Ne, 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 ne. So einfach tötet man den Timo hier nicht. Ha. Ha. Warte, warte. Ich hab vergessen, ich hasse Timo. Ich sterbe. Ha, 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 ha. Das Witzige an dem Typen ist, er macht immer... Ich mein, sein Ulti skaliert der nicht mit dem Leben, das mir fehlt? Äh, nein. Er skaliert auf, äh, den Stacks mit seinem Bleed. Okay, trotzdem sollte er das nicht unbedingt als ersten Angriff benutzen. Hm. Ich hab' unskaliert denn noch mal mit dem... Ach, das war Jinx-Wild, ne? Nein. Ja. Auch mit dem Kieran. Ah, dieser Scheiß-Wirbel. Ah, genau. Gertel. Aber ich konnte den Ramos mitnehmen. Mup. Teleport-Bot. Moin. Oh. Wie hab' ihr flieht? Alter. Ich muss mich echt... Ich muss echt Sachen abfangen damit ihr weg kommt. Danke dir. Alter, ich... Ich rech mich jetzt an den Gegnern dafür. Macht das. Oder auch nicht, ich hab' verkackt. Ich hab' gefehlt, ich hab' gefehlt, ich hab' gefehlt. Report me. Report me, report me, report me, report me. Please. Report me. was ist das? nope, nope... For the love of the potatoes eeeeeehhhhh oh god, ich hab mal einen... gut, ich hab mich nur gehauen Rammus ist hier irgendwo, ne? das ist zane deswegen putsch ich mal die Top iiii iiii, Ende Rammus Aaaaaaah, ein bisschen zu früh kam deine Ultis und setzte gerade weil ich was gekillt Ich bin überhaupt nicht da Jetzt ist deine Ulti eine Millisekunde später loskosten. Alter, was, 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 warum, warum? Rammus, Rammus älter. Was hat denn Rammus eigentlich? Der Rammus ist gefeatet. Warrior, wieso hat der Warrior gekauft? Das gibt doch alles keinen Sinn. Drang, 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 drang. Er ist schon wie lang zu holt. Du hast Draco entscheiden. Ich habe noch 13 Sekunden. Den haben die. Zu wenig Farm. Ja, gerade eben, gerade eben, Hamza. Alter, Alter. Ach, da habe ich meinen schönen Early-Drag gemacht, sonst hat man nichts. Kill ihn doch! Hm, Darius fehlt. Der Rammus pisst mich aber so langsam wirklich brutal an. Der fleischte sich die ganze Zeit auf mich, um mich zu turnen. Der mag dich einfach nicht. Ja, merke ich schon. Ich konnte meinen Borg nicht mal, äh, procken. Alter. Lol. Schön gef... Ist das ein Idiot? Oh, ne richtige Blind-Q. Darum hast du das nicht über den Wehbesturm drüber gemacht. Dann wär's jetzt näher dran. Weil... Weil... Er den Killpart. Guck für den Red, guck nach dem Red. Der wird aber deinen Flash nicht verschwenden müssen. Der Film. Darius fehlt. Ah, hab ich gefunden. Ah, hab ich gefunden. Lauf, um... Die Weichkeit. Boah. Der misst grad echt dran. Corki, komm, Graber. Hm, ich vermisse das Gute, also Darius. Corki ist dran. Oder nicht? Haha. Scheiß. Dammit. hope, hier steht Blut. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ah, ich… hier, pipes, o, bass, mass Gluens, oben 2 Mh, hm. Kommen, hier dran. Wann be monsters, bis ich es nicht, j Percy, einen Woff- humor, ich kann kein Wehen machen Scheiße ich sehe den Skillshot und laufe rein, wie doof ist das denn? Du musst ja live was mit finden Oh, noch einer! Noch einen kriegst du nicht? Nein, nicht mit 100 Hafe, nein Blügt das überhaupt? Da hat er gerade gedacht, der Bluboff macht aber viel Schaden Rito nervt Bluboff Das ist der neue Name für die Folge Rito nervt Bluboff, das ist super, danke Das ist eine gute Idee Bluboff, okay Irgendwas mit Bluboff Wollen wir uns den Kork hier holen? Irgendwas mit Bluboff Hoffentlich ist er noch da, komm komm Irgendwo auf Youtube gibt es einen, der hat gemeint Bluboff, der neue Champion Der ist dann Ähm, Dennis? Ja Ich könnte dir mal... Ja Sorry, aber es macht immer wieder Spaß Ich... Also, ich äh... Ich könnte dir mal einen Gefallen tun Ja, ja, oder? Wenn du mal wieder herkommst Kannst du ein Video einfach auf den Stick ziehen Ein nicht gerendertes Video Und ich könnte dir mal so ein Epic-Moment-Style-Video zusammenschneiden Vielleicht gibt dir das dann ein bisschen Attention auf Youtube Ach, Mann Ich meine... Ich bin da... Hallo Korki! Das ist nicht... Hallo Korki! Das ist nicht unser Spiel heute Ah, nee... Das ist grad... Jedermanns Spiel Everyone's Game Huuuuh Nein, nicht schon wieder Shit Ah, es sterbt alle! Geht alle sterben! Meins! Neaaaaaaaaaaaam Meine Ohren Fuck auf deine Ohren Geben mir am Arsch, GG Geben mir am Arsch... Das war zwar ein KS Weil ich hätte die auf jeden Fall bekommen, aber... Ja, geht auch im Arsch... schade weil sie auch gegründet es muss ja dafür sorgen dass der global torn bleibt für beide teams aber ich kann zumindest mal bottom top und ich bin gerade noch minimal ausgerastet alle das war das das liegt alles daran dass ich vorgestern spessy subscribed auf twitch what the fuck come on come on get him nein du hast dich angegriffen alter mit einem auto attack du hast einen essence weaver und trinity und jetzt fast eine ie ich stehe da drin o und da ist ein kurzer das bin ich drin ja dann müssen wir das jetzt mal kurz anders machen Darius ist irgendwo im jungle verschwunden aber ihr seid eh tot ach bockschande ja dann versuche ich top zu verschwunden wir waren gerade eben mit lane und jetzt ist er weg DRAKON die holen sich ich muss noch kurz reconnecten die holen sich gerade immer noch einen dritten DRAKON lass DRAKON entscheiden ja das ist eigentlich auch gut du brauchst vor dem DRAKON nicht so wegrennen da machst du nicht allzu viel Scheren ja aber dadurch dass der Darius jetzt da hoch nö das ist warum auch immer der immer noch mit lane ist hätte können habe ich gesagt jetzt haben sie ihren dritten DRAKON die Sache ist halt wir haben DRAKON 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 Punkt und ganz viele Marschums bei den DRAKON nicht bei Barenton wir so eigentlich nur bei Barenton dann viel runter das bringt nichts ich weiß doch die bringen voll was total sinnlos sinnvoll das decken die auch nicht na alter wie viel wurde der gerade alter er hat sich gehealt der wurde geschildert der hat sich gelipestealt und wurde dann noch von dem fucking locket geschildet ich fasse es nicht schild auf dem achten muss kommt es ist ja der service sonic sonic ist ein scheiß dagegen sonne geht schneller go to go first ich weiß eigentlich was davor hat aber gg miet immer unsere sona dem wird ihrem namen halt eben nicht treu da steh's aah no tivo ach oh cool ooooh egal ich hab ihnen Angst gemacht das war das definitiv ein Zehnimchen m h 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 Valkots, keine Ahnung. Ich hasse deine Ulti entlang und schau nach! Müsste reichn, müsste reichen. Nein, du machst gar keinen damage. Übel, obwohl ich 300 AD habe. Wahrscheinlich hat er Rüstung gekauft! Ich renne auf die Bot! Ja, es macht magic damage. Ja, es macht beides. Ich dachte insgesamt magic damage. Ich will mich jetzt an dem Rammus rächen, ich will mich jetzt an ihm rächen, alter. Zieh mal oben rum. Da! Er hasst mich, alter! Er hasst mich! Töte ihn, bitte! Fick dich, Rammus. Musst du hinterher? Nicht ganz. Darius von hinten. Darius von hinten. Darius von hinten. Leute, fang knapp. Schalten. Hup! Äh, help, help, help! Oh, diese Ö. Oh, das Ulti. Oh, das Q. Ich hasse diese Q. Boah, Leute, Leute, Leute. 20 Sekunden, wir haben 20 Sekunden, das pushen wir jetzt. Ja, klar. The Gordia is on the way. Vielleicht stimmt noch zu Lissandra Carey. Ich spiel jetzt einfach nur noch Timo, so. Push top, push top, push top. Tipp auch noch. So anstrengend. Ja, aber so gewinnen wir jetzt. Schade, dass man Skills nicht auf Wards benutzen kann. Sonst könnte man so ein Ward hinstellen, damit Rammus dagegen rollt. Ah, du kannst einfach nur Rammus Skills nicht auf Wards benutzen. Oh, guck mal, der sieht mich. Oh no. Oh no. Der killt dich. Ja, vermutlich. Sorry. Ah, okay, Jana ist da. Ich bin tot. So, und jetzt müssen sie bei Baron reinlaufen und alle sterben. Lockt sie da rein, bitte! Die Filze stacken über dem Match nicht, Alter. Das macht genau so schade wie ein Filz. Schade. Das ist stacken. Das ist stacken. Wieso sollte es auch nicht stacken. Oh, Pink wanted. I'm dead. That's slow. Sie können nicht einfach stacken. Oh. 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 Oh, ich sehe damit. Oh no. Ja. Komm da, Potato, hilf dir. Ich hab's geschafft. Wir sollten Lissandra vielleicht mal helfen. Ja, die Lissandra ist tot. Ja, man hätte mir aber helfen können. Das wären alle verrückt, wenn ich mich alleine zurückstab. Was ist das denn für eine verrückte Idee? Ich mein... ...und... 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 ...ich mein... ... bevor die Zander Ulti kam, war Rammus One-Hit. Egal von wem. Und dann... ...war nur noch der Röster. Und... ...ja. Timo geht Top-Lane. ...und... Timo geht Top-Lane. Guck mal. 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 Guck. Guck mal. Fuck you! I'm a firing my laser! Nein! Einfach nur Fuuuuck you! Der Baron Bait hat nicht so funktioniert. Oh Gott! Ich hab ihn nicht. Nice! Timo, ich komm von hinten! Ich hab's gefunden! Wer ist kaputt? Timo, Timo, Timo! Nein! Nein! Geh weg von mir! Bleib weg! Nein! Hilfe! Nein! Timo! Eine große böse Frau Jagme! Äh... Dennis? Schick mal bitte den Penda-Kill! Alter! Schick mal bitte den Penda-Kill zu... Die Protatomonsters Top Plays of the Week. Kann ich gerne tun, kann ich gerne tun. Die machen Bären. Die sehen nicht, ich bin nicht. Ich sehe es. Bin nicht zu weit da. Ich wäre schon hin. Ich bin irgendwie aufhalten. Drei... 3k. Ah, hat der denn so viel Schaden? Jesus, ich konnte nicht mal Ulde. Wie lange taunt der bitte? Dreieinhalb Sekunden. Oh, voll. Jesus. Das ist abartig. Also, ich gehe back. Ihr Defty-Push. Oh, 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 oh. Sack, na. Renn nicht die Lane entlang. Renn hier unten entlang. Nicht die Lane entlang. Ich könnte mir Umgart kaufen. Geh durch. Teleport. Pass auf, nicht das da an Wartons steht. Nein, 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 nein. Ah, wenn das an Wartons stand, lass dich verrühren. Dennis, gepussen, Dennis, gepussen, Dennis, gepussen, gepussen, schnell. Schnell! Oh ja, das hätte sie vielleicht gebraucht, um es durch die Wand zu machen. Ich hätte dir noch zwei Sätzen sollen. Flash? Durch die Wand? Ha! Jemand Janna töten. Er hat gerade unseren Tower. Support'n back! Oh jeezus. Du bist im Recall. Alter, das macht aber auch noch so viel Schade, hey. Ja, das ist aber auch nicht. Ich finde es gemein, dass ich jetzt eine Minute warten muss, bis ich wieder spielen darf. In der letzten Runde hatte ich einen Pentakill, wir haben verloren. Diese Runde hatte ich einen Pentakill, wir haben keine Ahnung. Wir verblieben dir einfach Pentakill, so nett aus. Du darfst einfach keine Pentakills machen. Merke ich schon. Ich bräuchte am besten eigentlich den Udi, weil wir da rein gehen, weil der Pentakill immer wieder in den Cloud hat. Ich bin doch fast tot, Korki. Ich bin doch fast tot, Korki. Welche? Welche? �ust-pushing. na gut über zum Beispiel. Da 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 Wir sind schon abb declarisch. Oh, 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 na, 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 oh, mann. Okay, Leute, ich will. Wenn ich... Ich schaffe das, wenn ich den Corki noch schaffe, rauszuholen. Ja. Wenn Corki draußen ist, haben wir nur noch Darius und Ramos als Gegenund, damit komme ich klar. Ja, ne, ich muss den Corki hin. Nur wenn du es wirklich schaffst, noch sie, ansonsten lass es, lieber recallen, dann musst du mehr HP. Ich hoffe ihn, ich hoffe ihn, ich hoffe ihn Oh warte mal, da hat ein Banshees Da hat sich gerade ein Banshees gekauft Der Ramos hat einen Dornenpanzer Ja, das tut mir richtig weh Guck mal, das ist all den Schaden, die ich hatte, das jetzt gekippt hat Fuck Schade, ich bin nicht erwischt Holy Hm, Drink Nr. 4, noch nicht 5 Trotzdem, der nimmt von den respawn schon wieder Jep Du musst 2 Lanes staffen Äh, auf Timo, was, 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 was kaufst du gerade auf Timo? Du hast noch keine Ravadons Stimmt eigentlich Wieso noch nicht? Leute, Leute, Ramos ist 75 Sekunden down, das ist unsere Chance Nein Hm, das war's gut Narko, ich sterbe, nein, aaaaah Narko Joooo Das wär's Was war das für ein Randoins? Gut hier, du devs, ich push Ein verzweifelter Versuch Okay Ich dachte mir, ich könnte Hurrikan-Kopf Dann hab ich mir überlegt, dass es eigentlich ziemlich dämlich ist, wenn ich die ganze Zeit nur mit Schubs schaden Du devs nicht push Ja War pro Timo und so, ne? Äh, nicht Wenn ich, äh, den Minions zu gehen, bringt nix Bitte? Wenn ich, äh, so entlang zu holten, bringt nix Wie geht's mit dem, dass ich die Minions so schnell wie möglich down kriege? Wir sollten aufbauen, Ramos lebt wieder Ne, noch nicht Ah, Baron kommt in 1,40 Okay, back, 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 back Klar, wir müssen dabei spielen Das ist nämlich genau 53 Ja, aber das war ein richtig, richtig heftiges Game Soll die umbauen aus APS werden? Nein Nein Ich glaube, dass Ramos hat, äh, genau so viel MR Und Darius hat auch MR Ja Da wird's zu viel, zu viel verlieren Aufpassen, Sona Ja Timo, weg da Das ist der Plan Ah, okay Die haben dich Komm, ich weiß genau, was ein Pinkboard willst Oder auch nicht Aber dem ist ein fucking Teil, muss weg Was hat denn der Ramos eigentlich? Ich bin auch wohlbild Der hat ein MR-Item Aber leider das nervigste von allen Wie hat der dich gekriegt? Oh, ich habe gesagt, dass er an der Wand läuft Oh, oh, oh Scheiße Oh nein Oh nein Korki ist im Tiri, Korki ist im Tiri Nice, 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 nice Perfekt, nur noch Ramos lebt Das war ein perfekter Trade Zwei für vier Jetzt nur noch Ramos Ich renn durch Ich renn durch Renn, renn, renn Ich halte nur Ramos auf Nicht angreifen, während er es schildert Ja, warum das bisschen Damage, was sie dadurch bekommt, ist nix Lamos hat geflasht Nach dir, komm Der kann sich gerade nicht backparen Wegen der Minion Wave da vorne 16 Sekunden zurück, noch 16 Sekunden Kannst du da oben ein Board stellen irgendwo? Mit der an Base? Ist fertig Nice, das ist aber Du musst beim Pusten deine Stands Du musst beim Pusten deine Stands Rudi rettet Ja, das war Rudi's save Also ich glaube, damit habe ich das letzte Scheiß-Game-Wett gemacht Auf jeden Fall Also, danke fürs Zuschauen, Leute Wir sehen uns nächste Woche wieder Bis dann, YouTube Tschuuu Best Play League of Legends Ciao